Weiter geht's mit D-Spawned City. Wer mehr wissen möchte, guckt einfach mal die Videobeschreibung. Da ist eine kleine Beschreibung vom Projekt und auch noch eine Playlist, wo du zu Folge 1 kommst. Ich bin Peter und wir spielen heute City Skylines. Los geht's! So, und letztes Mal haben wir den Teil hier gemacht. Nicht sonderlich viel mehr Einwohner bekommen, aber das war auch gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, das hier zu eliminieren und dazu muss das Industriegebiet eigentlich nach und nach mal weggemacht werden und woanders hin transferiert werden. Wobei wir hier ja ein super gut funktionierendes Industriegebiet haben, deswegen mache ich mal folgendes. Und zwar werde ich jetzt hier schon ein, das ein oder andere Gebäude schon mal wegziehen. Oder Block, sagen wir Block. Klar wird hier wahrscheinlich auch noch ein Industriegebiet hinkommen, aber nicht so nah an Autobahn. Das ist echt schlimm. Stautransferierung, eine Kreuzung weiter, könnte man machen. So, den Friedhof, der hier war, den habe ich mal ganz kurz dahingestellt, weil wenn wir die Straße weiterführen, wäre der auch noch im Weg, beziehungsweise die Straße. Und was wir auch nicht machen dürfen, ist, alles gleichzeitig zu löschen. Weil dann hat man das Problem, dass man in dem Moment, wenn die alle gleichzeitig ausziehen, man dann wenig Einnahmen hat und dann unter Umständen auch Pleite geht. Und das möchte ich gerne verhindern. Pleite ist nämlich nicht gut in dem Spiel. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, ich bin, bin ich schon mal pleite? Ich glaube, am Anfang, am Anfang. Bis man so einigermaßen drin ist. Und als man dann drin war, dann bin ich, glaube ich, gar nicht mehr pleite gegangen. Das war cool. Und irgendwann hat man halt den Punkt, wo man die ganze Zeit Geld kriegt. Deswegen verstehe ich auch manche Leute nicht, die da drauf so, ähm, so anti sind, wenn man mal mit unendlich Geld spielt. Also gibt es wirklich so. Gibt es auch bei Minecraft zum Beispiel, sobald man irgendwas im Kreativmodus baut, ist die ganze Welt Schmutz. Finde ich halt nicht. Je nachdem, was man für Ziele verfolgt und wie man das gerade spielen möchte. So, das hier kommt... Ja, komm, weg. Gewerbegebiete, da haben wir Platz ohne Ende. Oh Mann, das ist alles jetzt weg. Und wir müssen einmal gucken, wie wir in den Strom. Wenn das alles entfernt wird, haben wir hier keinen Strom mehr, ne? Hier kommen wir nicht rüber. Top. Hör mal, warte, machen wir es so. Verbunden. Und den Friedhof müssen wir wieder anmachen. Aktiviert. Ne, gar nicht, hat es den ausgemacht. Räumung, äh, beendet. Also pass auf. Das ist jetzt, das ist jetzt weird. Wenn man den Friedhof räumt, ist irgendwann die Räumung beendet. So, aber was ist, wenn ich denn dann die Räumung beende? Das ist ja total, total durcheinander alles. Was ist das denn? Ach, komm, wir machen jetzt hier den hier. Das sei da selber schuld, wenn ich ausgezogen sei in der Zeit. Oh, das waren schon richtig viele Einwohner. Es tut mir doch so leid. Da gibt es gleich ein richtig krasses Minusteil nochmal. Also mehr Minus als jetzt, glaube ich. So, gibt es auch eine Richtlinie mit dem Fahrrad zur Arbeit oder so? Die werden wir auch mal aktivieren hier auf jeden Fall. Wir ziehen die mal durch bis hier. Das ist die falsche Straße. Wir ziehen die mal durch bis hier. Jetzt haben wir da auf jeden Fall einiges an Fahrradwegen. Hier weg gehen die Baumwege. Das geht natürlich auch. Oder wir machen direkt Nägel mit Köppen. Wir machen Fahrradwege bis zum Rand. So, da oben brauchen wir keinen Fahrradweg. Da kommen wir direkt hin, dackeln. Hier unten ist alles gut. Oh, ich sehe gerade, ich bin von der Autobahn runter, ne? Oh, da müsst ihr eventuell nochmal dran, aber nicht jetzt. Das ist ganz, ganz schlecht. So, wo wir gerade bei schlecht sind. Die Polizeiwache ist da ganz schlecht. Kommt hier hin? So, jetzt haben wir, wie gesagt, oben so weit alle weg. Zumindest von der einen Seite. Jetzt können wir hier nochmal ein paar Wege runterbauen. Aber irgendwie habe ich noch gar keinen Bock auf Nahverkehr. Was mache ich denn jetzt? Also ich würde auch gerne die Bereiche holen, wo die Schienen drin sind. Das wäre hier. Das sind nur zwei Bereiche, wo Schienen drin sind. So ist die Map IQ mit der Autobahn. Aber nur zwei Schienenbereiche. Das ist schon doof. So, wenn ich jetzt hergehe... Ah doch. Wenn ich jetzt hergehe und die Straße komplett eliminiere, also die Zufahrten zu der Autobahn, dann werden alle Autos, alle Autos, die in die Richtung fahren wollen, hier langfahren. Kann man, glaube ich, erst mal machen. Der Stau wird sich verlagern. Und ist ja nur kurz, ne? Ist ja nur kurz. Und jetzt holen wir unsere Autobahn raus hier. Wo ist sie? Da. Three-Lane-Hairway. Und packen das hier drauf. Warum denn verkehrt rum? So. Ja. So, jetzt werden da viele Autos verwirrt sein, weil auf einmal die Autobahn weg ist. Und es entfallen auch viele Autos, habt ihr gerade gesehen. Weil, äh, die Häuser dazu gefehlt haben. So. Ich hoffe, ich verlieh nicht so viele Einwohner. Ich brauch das Geld von den Einwohnern. Was ist da los? Hier könnten wir jetzt noch eine Abfahrt bauen. Sollen wir da auch wieder mit Kreisverkehren arbeiten? Aber nur Kreisverkehr ist auch langweilig, ne? Oder wir machen etwas anderes. Pause. Wir haben 100.000 zur Verfügung. Das könnte man wirklich machen. Auch wenn das jetzt wieder doof ist und teuer ist. Wir entfernen die Autobahn. Wir gehen mit der Autobahn nach unten. Indem wir eine Autobahn nehmen. Wo ist sie? Da ist die Autobahn. Hier, zack. Autobahn geht nach unten. Und zwar genau 8, 10. 10, 10. Hier auch. 10. Obwohl, ich glaub, 12 wär, glaub ich, besser, ne? Ja, wir müssen leider 12, weil sonst sieht das so aus. Also nochmal, 10, 12. Ja, so kann man's lassen. Andere Seite natürlich genau dasselbe. 10, 12, 12 und 10. Jetzt muss ich da noch einmal drehen. Das ist gut. So, oder? Jetzt sind die da natürlich abgeschnitten. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz her. Gehen in den Underground. Ich glaub, ich weiß gar nicht. Ich glaub, in der Challenge, wo wir nur eine Kachel mal gehabt haben, da bin ich mal hergegangen und hab unterirdisch alle Autobahnen gebaut, ne? Also da waren auch so viele Kreise im Underground. Das war, das war aber eigentlich geil. In the Underground tonight. So, warte. Gehen wir hier nochmal auf Position 1. Also das ist quasi, was ich am Numpad drück. Das sehen, bis zur Mitte sind das 10. Warte. 10. 10, 10. Jo. 10. Ich hab da mal ne Frage. Passt auf, passt auf. Wir haben im Nachbarstadtteil, ist jetzt ein Kreisverkehr entstanden, der seit, ich glaub seit den 70ern da hin sollte. Die Leute sind zum einen sehr überfordert damit, weil viele da wohl nicht so, so die immer herfahren und auf einmal ist der jetzt da und offen. Ist natürlich noch nicht fertig. Die bauen da jetzt schon drei Jahre, glaub ich, dran, wenn wir da mal herfahren. Und das Ding ist, dass genau hinter dem Kreisverkehr noch ne Ampel ist. Weil es halt noch ne Baustelle ist. Ist das nicht die beste Variante, aber solange es ne Baustelle ist, kann man leider nichts dran machen. So, und jetzt hab ich ne Frage. Wenn im Kreisverkehr, also ich könnte natürlich auch nachgucken, aber ich dachte mir, vielleicht ist ja eine fromme Typ von euch dabei, der das auf Anhieb weiß, wenn es sich im Kreisverkehr staut, fährt man dann in den Kreisverkehr rein? Oder ist das wie bei einer Kreuzung, dass man sagen muss, yo, Brudi, So steht's auch im Fahrschul-Ding drin. Ich warte mal lieber, bis der frei ist. Also hier mal ganz kurz, das ist natürlich ein bisschen groß. Die meisten Autos wollen von hier nach da. So, von hier nach da wollen die. Genau hier ist ne Ampel. Da ist rot. Dann steht hier ein Bus. Zehn Autos. Und alles ist zu. So, und wenn ich dann da herfahren möchte, und ich will eigentlich nur nach da, dann, oder ich komm von hier, sagen wir mal, und ich will jetzt eigentlich nur nach da, kann ich nicht, oder nach hier, kann ich nicht da durch? Weil hier alle Autos stehen. Hält man das dann frei? Also ich hätte jetzt gesagt, ja klar, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Deswegen hier nochmal die Frage. So, und wo wir gerade hier bei hundertprozentig sind, jetzt machen wir das anders. Viersprügige Straße mit Fahrradwegen. Fängt jetzt hier an. Ja, geil. Geht hier gerade herunter und geht hier rüber. Huiuiui. Und da machen wir jetzt aber auch aufwarten und abwarten. Wenn ich nicht immer die Straße wechseln würde hier unten. Und hier nochmal der, der, ähm, die kleine Erinnerung. Wenn ich in einem Let's Play bin und dabei laber, ist es natürlich voll was anderes, wenn man gemütlich zu Hause auf der Couch spielt oder das Ganze extern beobachtet. Deswegen, wenn ihr etwas seht, was ich übersehe, was auch durchaus mal passieren kann, ähm, haltet nicht die Fresse, sondern sagt Bescheid. Man kann immer mal was übersehen, gerade auch, wenn man im Let's Play Modus ist. Deswegen hat man wahrscheinlich auch früher bei den normalen Let's Plays immer gedacht, wenn man irgendwie was gesucht hat oder, keine Ahnung, bei Minecraft, wenn ich da alle Kisten immer öffne, da sehe ich nichts. So. Ich weiß, es ist in den Kisten. Alle sehen es auch. Aber ich sehe es in dem Moment nicht. Und das ist der sogenannte Let's Play Modus. Damit ihr da Bescheid wisst und mir nicht immer auf die Eier geht. Ne, warte, andersrum. Ihr mir nicht so vorwurfsvoll auf die Eier geht, sondern helfend auf die Eier geht. Oh, das hört sich super an. Ihr müsst mir helfend auf die Eier. Das hört sich aber irgendwie, wenn man das öfter sagt, wieder falsch an. Vergesst alles. Frohe Weihnachten. Äh, äh, ne, warte, ist schon Weihnachten? Ja, ne? Ja, klar. Zweiter Weihnachtsfeiertag, glaube ich, heute, ne? Ja, was habt ihr denn zu... Na, alles gut. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Äh. Ich finde, wenn man in Spielen oder wenn man aufnimmt, wenn man da auf, äh, Ereignisse eingeht, die gerade im echten Leben stattfinden, dann passt das nicht immer. Weil das endet ja auch manchmal. Ne, warte mal. Hier wollte ich ein bisschen Fahrradweg weiter nach. Da unten machen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf Weihnachten eingeht und Let's Plays sind ja zeitlos und man guckt sich das im Juli an, dann passt das natürlich voll nicht. Deswegen müssen wir da halt immer ein bisschen gucken. Dass wir nicht so viel über Geschenke reden. So, das war das. Und... Nice. Machen wir bis hier zur Autobahn. Hey, guck mal, unser Stau ist weg. Nice. Peter hat alle Straßen geklaut und alle Industrie und schon ist der Stau weg. Ein Wunder ist geschehen. Aber guck mal, ist doch geil jetzt. Ich hab jetzt noch einmal gecheckt. Hm. Ähm... So. Parks und so machen wir nachher, wenn wir halt optimieren. Jetzt brauchen wir aber erstmal wirklich... Also, jetzt brauchen wir wirklich erstmal Einwohner. Und das holen wir uns hier. Wobei dieser Trampelfade... Vielleicht machen wir die nachher doch noch zu Beton, wenn wir genug Kohle haben. Aber da spart man, glaube ich, schon ein bisschen was. So. Ziehen ein. Hier auch nochmal. Und da auch nochmal. Aber guck mal, wie schön die jetzt alle da hinfahren, ne? Richtig wunderhübsch. Und mir kam gerade eine Idee. Er hat Ideen. Ähm... Hier machen wir noch geradeaus und da kommt noch ein Kreisverkehr hin für später. Ich will kein dekoratives Gras. Ich will diese Fahrradwege jetzt. Genau hier. Und zwar auch wieder auf 10. Einmal rüber. So, wie weit war das jetzt? Acht. Acht, uh. Ah ja, die Frage war, was das für eine Modifikation ist, die ich jetzt hier drauf habe. Das ist die, ähm... Precision Engineer, müsste das sein. Und die findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Dort habe ich ein... Wie soll ich sagen? eine Kollektion erstellt. Die wirft allerdings gerade noch ein paar Fehler. Wer da mal reingucken möchte, tut das bitte gerne. Aber da ist quasi alle... sind alle Modifikationen drin, die ich hier benutze. Und gerade auch, wenn man City Skylands anfängt und sagt, ja, ich hätte gerne ein paar Modifikationen, ich weiß aber nicht genau welche. Für die ist das halt auch genau das richtige Ding. Ja, sieht gut aus. Close. Und da machen wir jetzt so genannt wieder den Traffic Manager. Die spawnen immer noch aus, ne? Die spawnen einschalten. Ja, genau. Da kann ich den nur einschalten. Aus ist es. So, aber guck mal. Wir haben 5000 Leute gleich. Und der Verkehr schnuckelt. Das ist richtig blöd. Auch das hier, das ist von der Map vorgegeben. Ich glaube, das gibt nachher auch Probleme. Gerade für Leute, die hier hinwollen. Der Apfelhain. Wie viel wohnen hier eigentlich? Hier wohnen 2000. Überlegt mal. Hier wohnen fast mehr als auf dem ganzen anderen Scheiß. Aber jetzt kommt es ja langsam. Das ist ja schon mal gut. Aber so, wenn man das mal direkt vergleicht, ist das doch schon hart. Äh, so. Ziehen wir mal durch hier. Hier machen wir direkt den Weg mal dran, den wir vorhin, äh, vorhin ist gut. Den wir vorgestern verbaut haben. So. Oh, war das ein Möwe? Ich, ich hatte mich letztens gewundert. Wir waren mal vor einiger Zeit im Zentro. Zentro Oberhausen. Ich, ich glaube, das heißt jetzt sogar auch anders. Keine Ahnung. Und, ähm, da waren Möwen. So. Ich dachte mir so, sind Möwen nicht nur irgendwie, klar, da ist so ein, so ein, so ein angelegter Fluss. Aber sind die nicht normal nur so am, im Meerbereich? Dann dachte ich mir, haben die da extra Möwen angesiedelt, nur damit die cooler aussehen? So. Also, ich, ich weiß es halt nicht, aber schreibt ganz gerne mal rein, ob man das macht. So. Was können wir denn hier für Tiere noch reinnehmen? Ja, so Möwen? Ach ja, gute Idee. Machen wir. Alle. Also, kann ja sein. Früher sind die Leute auch mal auf die Idee gekommen. Ich glaube, das war in England. Da, 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 da überlegt man sich mal, wie dumm die Leute immer waren. Gut, alle sind nicht immer, also, gibt auch viele Leute, die noch nicht schlau sind, aber egal. Äh, aber die dachten, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, ein Eichhörnchen. So, und die hatten eine angesiedelte Rasse da. Ich sag halt einfach mal so ein rotes. Und dann gab es noch so, so eine andere Art. Und dann haben die die halt da ausgewildert, wo die roten wohnen. damit die Abwechslung der größer ist, so. Vielleicht können die ja ein bisschen reden miteinander und dann chillen und dann haben wir nachher so geteilte Dinge. Also, ich weiß, ich kenne den Gedankengang nicht dahinter. Auf jeden Fall war die andere Farbe von den Eichhörnchen so aggressiv, dass es die roten jetzt nicht mehr gibt. Aber war schon gut. Fertiges Ökosystem. Packen wir einfach mal noch ein Tier rein, dann passt das schon. So. Ich glaube, das wird langsam, ne? Also auch, wenn wir jetzt viel nur vorbereiten und viel nur Straße bauen oder so. Aber ich glaube, im Nachhinein, im Nachgang wird das alles gut. So, auch hier die Straße, die rüberführt. Jede weitere Straße, die rüberfährt, die entlastet eine andere Straße, die rüberfährt. Mann, das wäre der beste Satz ever, Peter. Geil. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt können die Leute hier abfahren. Ja, hier ist schon wieder ein bisschen Stau wegen dem Industriegebiet. Weil das wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit ist, hier reinzukommen. Stimmt, das ist es auch. Und hier oben drauf, warte, ich gucke gerade. Hier sollten wir demnächst auch wieder einen Kreisverkehr bauen, damit man von hier aus runter in die Stadt kann. Das wird gut. Also, danke schön fürs zugucken. Und unsere Einwohnerzahl ist konstant. Wir bereiten, wie gesagt, vieles vor. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.